Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Ihre Geschichte als Unternehmer begann? Jahrelang haben Sie Herzblut, Energie und Zeit investiert, schöne und schwierige Erfahrungen gemacht. Aber wer wird Ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben, wenn Sie mit Ihrer Familie ein neues Kapitel aufschlagen? Gibt es da schon einen Plan für Ihre Zukunft? Schließlich soll das, was Sie hinterlassen, nicht vergessen werden, sondern in Ihrem Sinne fortgeführt werden. Die Frage der Nachfolge ist kein einfaches Thema, aber ein wichtiges. Und genau deshalb empfiehlt es sich, früh genug darüber nachzudenken. Denn ein klarer Plan entlastet nicht nur Sie, sondern schützt Ihr Unternehmen auch vor unvorhergesehenen Risiken. Seit über 170 Jahren setzen Unternehmer auf unsere genossenschaftliche Beratung, weil sie ehrlich, kompetent und glaubwürdig ist. Zusammen mit unseren starken Partnern aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Reihweisenbanken beraten wir Sie umfassend und begleiten Sie mit unserer Nachfolgeberatung Schritt für Schritt durch den Übergabeprozess, der gut und gerne zwei Jahre oder länger dauern kann. Neben der familiären Nachfolge gibt es weitere Möglichkeiten, um Ihre Firma erfolgreich in die Zukunft zu führen. Zum einen das Management Buyout, bei dem Mitarbeiter die Firma weiterführen. Zum anderen die externe Übergabe, bei der ein Investor Ihre Firma übernimmt. Mit unserer nationalen und internationalen Erfahrung helfen wir Ihnen bei der Suche und Auswahl eines geeigneten Nachfolgers. Über unser Netzwerk können wir gezielt potenzielle Investoren finden und streben durch den Bieterwettbewerb den besten Preis für Ihr Unternehmen an. Dabei berücksichtigen wir Ihre individuellen Interessen, wie den Standorterhalt oder die Arbeitsplatzsicherung für Ihre Mitarbeiter. Und auch für die Zeit danach haben wir die passenden Lösungen für Sie bereit, mit unserer genossenschaftlichen Beratung. Der Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät, vereinbaren Sie gleich einen Termin, um gemeinsam die Zukunft Ihres Unternehmens zu sichern.